Hört genau ein Feldfeuer auf, ok. Dann gucken wir mal. Das Ziel ist jetzt einfach querbeet hier durch alles durch und kleppen das vorne an dem Bus an. Ah, das geht hier nicht, ok. Nimm mal eins nach unten, das kriegen wir gerade noch hin. So, jetzt sollte es aber hinhauen. Fehlt wieder genau ein. Ja gut, ok, aber ist egal. Dann machen wir das so. Warte. So, dann hier. Einmal darüber. Und zack, ist im Boss. Gut. Ich weiß nicht, ob wir einen Tank da unten dran haben, denn das wird schnell volllaufen. Nein, machen wir nicht, ok. Ich habe es ja aber inzwischen hier ins Blaupausen-Bub reingepackt mal. So. Warte, da waren noch die Plastikpipes drin, aber die können wir jetzt einfach austauschen. So, reicht. Ok, dann haben wir das auch im Boss. Dann kann das laufen bis jetzt aus, energietechnisch. Ja, jetzt finde ich, dass die Maschinen gut abgewickelt, weil auch der Nachschub an Brennmaterial jetzt da ist. So. Ok, also das haben wir. Bis auf den Abtransport, das kommt ja gleich noch, aber die Produktion läuft zumindest. Die können nichts weiter machen, weil sie voll sind. Haben wir aber auch ganz schnell. Also, Leim haben wir. Leim wird hergestellt, Clay wird hergestellt und Sand wird hergestellt. Somit hätten wir schon alles zusammen, was wir brauchen. Und zwar nur 20 Montagemaschinen. Das wird jetzt halt frickelig. 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 Wir probieren einfach mal was. Warte mal. Ich kann mal dich einfach mal da entlang. So. Achso. Achso, die legen. Ja, ok. Montagemaschine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 werden zu gequetscht an. Dann setzen wir das gerade eins rüber. Tipptipptipptipptipptipptipptipp. Zeit. Ihr macht Clay. Dadadadadad. So, das runternehmen ist relativüben. Fürainband. So, die nehmen Sand runter. Genau. Die 2 Sachen kann ich über ein Band reintransportieren lassen, das ist nicht das Problem, das Problem ist, wie kriegen wir alle Ingredienzen rein, das ist das Problem, wenn die Greifer reichen nicht so weit, die reichen nur 1 Block im Umkreis, bräuchten aber 2 und lange Greifer haben wir noch nicht, ne, bräuchten wir für lange Greifer haben, ne, das ist lieber blöd, braucht dafür ja nicht, ok, Problem geklärt, ähm, dann lassen wir das hier einfach da entlang laufen so und hier, die laufen dann hier zusammen, du läufst in einem kleinen Comic, so, ja doch, die lassen wir dann zusammen auf ein Band laufen und dann haben wir es, brauchen wir ein Eisen und Zinn, ne, äh, ja, Eisen und Zinn, ok, jetzt mal Material nachholen, die langen Almonen, kann man schon längst da haben kommen, gut, weil bisher war doch ein Minitema, weil wir noch kein Porto bisher hergestellt haben, das in einem Produktionsschritt, äh, 3, äh, die, äh, Items braucht, so, Eisen, 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 dann, Zinn, 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 mach ruhig mal alle, ne Quatsch, erst mal ein paar, dass wir die Strecke fertig brauchen können und danach können wir dann die Packen durchgräften lassen. So, aber erst mal, äh, würde ich die Anlage fertig brauchen. Tunnel, ja, da, da haben wir noch ein paar, ok. Gut, also, äh, ähm, tun wir gerade mal alles. Okay dann haben wir das, wie gesagt die zwei Sachen, dass wir zusammen auf ein Band laufen. Die klassische Kurve wieder, also noch ein paar Möbel, die wir jetzt bei den sieben lassen und die einfach mal overglocken. Dann bräuchte ich nur noch 15. Mehr gerne nicht rein, ne? So, aber warte mal, das kann ich schon früher machen hier. Also da, dann machen wir immer den da. Und den da. Du legst da hin und nimmst da was. Du machst diesen hier. So. Hier finden wir jetzt einmal, da zwei Abnehmer, da zwei Abnehmer, da zwei, da zwei, da zwei. So, dann hier und hier werden die nächsten zwei. Okay, die müssen wir anders hinfummeln, da und da. So. Okay, dann Drop, Pickup, so. Dip, 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 dip. Da und da, so. Äh, Copy, Paste, 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 Paste. Äh, wenn man die Dränge noch reinschmeißt, kann er auch forschen, habe ich mir sagen lassen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Zah, so. Mal gucken, das rauscht ja gerade so durch hier. Äh, ein Stück gekonfiguriert. Ach so, das heißt dann, ja, die haben die Ärmchen können. Die Ärmchen können länger reingestellt werden. Ja, genau. Das wollte ich haben. Das nächste brauchen wir auch blaue. Okay, okay. Okay, dann können wir die nämlich direkt in Öfen reinpumpen. Und zwar Hochöfen. Wie lange haben wir jetzt sieben? Okay, wir hätten die Anlage nicht so groß bauen müssen. Aber ist egal jetzt. Jetzt haben wir sie so stehen. Okay, fertig. Machen wir uns nicht direkt. Äh... Okay. Okay. Das muss man auch nochmal erforschen. Jetzt ernsthaft? Nö. Fairbrates. Gebrannt. Geht in allen Öfen. Was hab ich jetzt für Öfen gebaut? Äh... Das sind die falschen Bissen. Okay. Egal. Äh... So, jetzt überlege ich gerade. Aber die kriegen wir da nicht unter. Ne. Wollen wir mal gucken, ob wir da mehr rein schmeißen können. Okay. Äh... So... Zeig dann... Drop Pickup... Okay, so reicht er nicht, das heißt... Hä? Auch nicht. Okay, also brauchen wir da noch ein Fließband. Ne, das heißt, warte mal... Jetzt müsste der Dreck gehen, so... Aber da runter. Ja, siehste... Ofen... Zack... Ja... Hau da direkt rein. Allerdings langsam. Ich hätte gerne... Ja... Hier ist natürlich keine Brennmaterielle zuhanden, aber so sollte es hinhauen. Äh... So... Ja, das geht schneller. Okay, dann... Probieren wir das ganze einmal. So... Dann seh ich genau, wo die Öfen hin müssen. So... Nicht schön, aber selten. Und es funktioniert. Das ist sehr selten, aber egal. Ähm... Brennmaterial, genau. So... Und da der ja chronisch überfüllt ist... Warum passiert der nichts mehr? Äh... Die Arbeit nicht, okay. Äh... Da... So... Die, 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 die... Pam... Und gebe ihm. So... Wie viel brauche ich da immer zum... 4 kriegt da raus? Und wie viel brauche ich da zum... Brennen... Warte mal... Clay... Claybrick... Ach, das geht 1 zu 1 auf. Okay. Das geht 1 zu 1 auf. Alles klar. Good. Und da haben wir Claybricks. Wunderbar. Können wir auch zum Bauen benutzen. Aber primär brauchen wir es ja wegen dem Upgraden der Maschinen nachher. Äh... Ich wollte mal gucken... Dampfmaschine... 2... Ach, die hätten wir auch schon längst haben können. Ach, Stahl war das Problem deswegen. Mhm. Okay. Dampfmaschine... Dann brauchen wir natürlich noch Heizkessel Tier 2 da. Ja... Na super, das hätte... Ach, ich hätte mir so viel Nerven rein sparen können. Wahnsinn. Ne, das ist der Ölbrenner, den brauchen wir nicht. Wir können sogar schon auf Tier 3 hoch. Ne, da brauchen wir Portionen hin dafür. Ne, aber die 2er können wir machen, dafür brauchen wir nur Stahl und die Vorstufe. Okay... Das machen wir direkt mal. 76, 70, 80, 90, 100... So. Das lassen wir direkt mal durchrattern. Äh... So, 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 so... Da und da... Ähm... Drop, Pickup...